Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin Mary Sancho und ich spiele für euch heute Crimson Snow. Dieses Spiel ist aus dem Hause Steppair Studios und es kam tatsächlich erst, obwohl es hier um Weihnachten geht, erst am 29. März 2023 raus. Viel weiß ich über dieses Spiel nicht. Ich weiß einfach nur, dass man die Weihnachtsnacht überleben muss. Trailer habe ich gesehen, sieht mega genial aus. Es hat auch sehr viele positive Reviews auf Steam bekommen tatsächlich im Moment schon. Also die Bewertungen sind alle sehr positiv. Ich hoffe, mein Ding sitzt richtig. Und von daher, ich habe es mir geholt. Es ist aktuell im Sale für 21 Prozent. Also für knappe 5 Euro könnt ihr es haben. Den Link haue ich euch natürlich wie immer unten in die Beschreibungen mit rein. Ja, Steppair ist ja für mich nicht unbekannt. Ich habe ja schon Palmara Orphanage von ihnen gespielt. Und noch eins, dessen Namen mir mir gerade wieder mal nicht einfallen will, wie immer halt. Und habe das hier gesehen. Tatsächlich habe ich es erst auf Twitter gesehen, dass dieses Spiel rausgekommen ist. Also irgendwie Twitter ist irgendwie total für den Arsch. Die kriegen das irgendwie nicht gebacken, dass sie einem alles anzeigen, was man, wie man denn so folgte. Und aus dem Grunde habe ich das tatsächlich irgendwie nicht mitgekriegt. Oder es ist an mir vorbeigegangen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde mir angezeigt, dass das Spiel raus ist. Daraufhin habe ich das in Steam gesucht, gefunden, geholt und hatte instant Lust, das Ganze aufzunehmen, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Eigentlich bin ich ja gerade noch mitten in einem anderen Spiel. Aber leider Gottes hat mir das Spiel Life After Death komplett die Laune auf das Spiel selber versaut. Weil da viele Sachen sind, die man tun muss, die man vorher nicht tun muss und rausfinden muss und dann doch wieder nicht. Und ach, das ging mir irgendwie tierisch auf die Nüsse. Genauso wie meine Kamera, die sich permanent unscharf stellt. Ähm, ähm, ja, gut, ne? Und, ähm, aber deswegen bin ich jetzt hier. Wir nehmen dieses Spiel auf. Auch wenn hier Fortsetzen spielt. Ich habe das Spiel erst heute Morgen installiert. Jetzt noch in Ruhe gegessen und sitze jetzt hier und nehme auf. Und es wird auch mal wieder tierisch Zeit für Horror. Nach unserem kleinen Stream von gestern, ähm, sitze ich nun hier und nehme auf. Ich habe wirklich Bock drauf. Und ich würde sagen, nicht lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir starten jetzt ein neues Spiel und schauen mal, was uns hier erwartet. Crimson Snow. Das ist ein sehr schöner Ladebildschirm. Ich hoffe, mein Spiel schmiert nicht ab. Ohne meinen PC. Könnte durchaus passieren. Ich hoffe, das Spiel ist laut genug eingestellt. Also, ich habe jetzt keinen Test mehr gemacht. Okay, ich bin im Spiel. Wir sind in einem Zimmer. Moment. Bevor ich sehe das gerade. Ah, das muss ich tatsächlich noch ein bisschen höher drehen. Es wirkt doch tatsächlich etwas leise. Wieder zurück ins Spiel. Hallo? Sieht doch schon besser aus. Da klingelt ein Handy ziemlich penetrant. Wo ist denn das? Ja, ja, komm. Das ignorieren wir jetzt etwa. Nein, hier ist es. Ähm. Oh, ja. Ich sollte vielleicht noch die Maus-Sensibilität etwas runterstellen. Kamera-Einstellungen könnte da sein. Kamera-Empfindlichkeit, die drehen wir etwas runter, weil mir wird so schnell übel davon. Und vielleicht noch ein bisschen, also noch ein bisschen, noch einen kleinen Ticken genauso anwenden, zurück, fortsetzen. Das Spiel ist wirklich relativ leise eingestellt, tatsächlich. Okay. BASD, tralalala, alles soweit gut. Gut. Wir haben hier ein, wow, ein schönes Bild von einem Schmetterling. Das ist, na toll, wer stellt? Da kommt man nicht hin. Boah, das Telefon geht mir auf den Nerven. Fängt ja schon gut an. Nice. Nice Deko. Aha, ein Hemd. Kann man die aufmachen? Nein, da geht nichts. Okay, ich glaube, wir können tatsächlich nichts anderes machen, als jetzt hier an dieses kleine, feine Handy zu gehen. Hi, Handsome. What have you been up to, while your butter half wasn't around? Hey, Joyce. Ach, hauptsächlich Papierkram und TV-Serien? Du kennst mich doch, Joyce. Jeden Tag in vollen Zügen genießen. Wum, wir nehmen mal das da. So you have watched The Office again, but this time with a regular Coke instead of a diet. Ooh, you're such a risk-taker, Mark. I like that in a man. We've already finished negotiations, so I'll be home sooner than you think. I took a bunch of pics, just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? My photo in the mountains? Or from the pool? I forgot to say, that hotel had a luxurious swimming pool. Toller Swimsoor. Verständlich, will ich den Pool sehen. Das Foto in den Bergen. Ach, komm, hey. Hallo? Nein. Oh je. Nice. Das ist doch nicht schlimm. Gar nicht wahr. Ich habe heute einen Brief bekommen. Ich wette dagegen, denn ich habe einen Brief bekommen. Ich weiß nur noch nicht, Flasche weg, was drin ist. Gar nicht wahr. Ich habe heute einen Brief bekommen. Mir wurde es eigentlich relativ egal, was wir da sagen, oder? Okay, also, wir sind der Mal. Okay, wir sollen ihr sagen und zeigen und tralala, was in diesem Brief stand. Der ist nahe der Türe. Wow, grüne Wandfarbe. Das hatten wir auch noch nie. Ja, tue ich. Moment, ich muss doch erst mal da runterlaufen. Junge, das ist ja schon an sich gruselig. Wo ist die Front Door? He's here. Und das hier ist ein Ouija-Board. Nein, das ist ein... Ach, das wird die Karte sein, ne? Ja, ich habe ihn doch schon, was willst du denn? Woher hat sie meine neue Adresse? Liebling, du fehlst mir so sehr. Es ist wirklich schade, wie es zwischen uns ausging. Ich bin bereit, uns eine zweite Chance zu geben. Und ja, vielleicht hab... Und ja, vielleicht hab ein paar Dummheiten gemacht. Darf ich bitte lesen? Ein paar Dummheiten gemacht, aber das wird sich nicht wiederholen. Großes Ehrenwort. Lass uns alles gemeinsam besprechen, okay? Okay, gut. Nichts. Irgendwas vom Finanzamt. Es ist eine Postkarte von meinen Eltern, eine Glückwunschkarte zu Weihnachten. Ich lüg sie mal an. Ach, komm. Warum? Warum sollte ich? Kann man hier nicht irgendwas angucken? Hier den Schrank zum Beispiel. Guck mal. Da sind so viele schöne Dinge drin, die man anschauen kann. Ich möchte nicht jetzt schon wieder nach oben. Ich würde mich gerne in der Wohnung... Boah, kann die mal die Klappe halten? Warum sollte ich? Kann die mal die Fresse halten? Sollen wir das jetzt einfach mal machen, dass die von uns will? Okay, gut. Können wir schnell... Nee, wir können... Das ist das Schnellste, was wir laufen können. Na, Gratulation. Ich hab Angst. Okay. So. Sieht aus, als würde meine Freundin bei sich zu Hause ein Lichtspielchen treiben. Du bist angekommen. Warum hast du denn nicht angerufen? Ich hätte dich doch vom Flughafen abgeholt. Ist nicht so obvious? Ich wollte meine Freundin zu surpriseen für Weihnachten für Weihnachten. Luckily, die planee landet bevor die storm starten. Jetzt, auf die zweite Teil meiner surprise. Aber erst, show mir deine Festive Mood. Uh... Wie? Ich glaube, du hast ein Sparkel in deinem Klapp. Warum? Irgendwie ist die Alte komisch, kann das sein? Also wir sollen... Wo haben wir diese Wunderkerzen? Oh Gott, ein begebbarer Kleider, Küchen, Schrank, Meister, tralala. Ich habe nicht aufgepasst. Wo haben wir diese Wunderkerzen? Nein. Also ich gehe mal davon aus, dass das hier der Closet ist. Oh, wir müssen jetzt die... Oh, schon gefunden. Tada! Handfackel. Diese Fackel ist mächtiger als eine gewöhnliche Wunderkerze, aber immer noch in der Hand haltbar. Könnte nützlich sein. Ich muss sie am Fenster anschauen. Wenn du die Sparkler findest, legt eine von ihnen auf die Wohnung, damit ich sie sehen kann. Okay, ich bin auf meinem Weg. Wir drücken F. Da ist es. Jetzt kann ich den Weihnachten sein. All right, hier ist die zweite Teil der Surprise. Do you remember that French wine you wanted to buy? Until you saw the price tag? Today? Wir versuchen es. Ich habe auch die Fireworks. So, take your Sparklers und komm her. Let's celebrate Christmas together. By the way, I brought you a present. Did you get me something, too? Ähm, ja. Irgendwann. What? You won't even tell me, what kind of gift you prepared? Okay, now I'm interested. Grab it and come over. I'm waiting. The longer you wait, the greater the chance that I'll drink all your wine by myself. Take your gift and come to see me. It's under the tree, isn't it? Okay, haben wir ein Geschenk für Sie? Ich habe keine Ahnung. Könnte ich mal die Wunderkerze bitte weglegen? Das wäre echt sehr nett. Ähm. Wir sollen ein... Geschenk grabben und... Are you sure that you have a present? Mark, I won't be upset if you didn't buy one. It's just... Well, I thought it was going to be a special night. Kann ich mal die Klappe halten? Ich bin beim tree, aber ich sehe hier... Ah, da... Oh. 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 Wow. If you found the gift, come see me already. Okay, I will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Das ist nicht so leicht. Der Wind ist... Nein. 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 Das ist weg. Ich kann nicht sehen. Ich kann nichts sehen. Ich sehe nichts. Woher ist das Haus? Da ist das Licht. Da ist das Licht. Das ist irgendwie ganz komisch. Das fühlt sich an, als wenn es ganz weit weg ist. Ah, guck mal. Hier ist der Weg. Dann müsste hier die Haustür sein. Das sollte... Das war doch gerade noch viel näher. Und we are sitting in a trap. Okay. Und jetzt? Hello. Höchste. Ist sie aber noch oben? Ich sehe. Es ist ja schon eine schöne Atmosphäre im Moment noch, möchte ich sagen. Es ist ein Horrorspiel. Das kann nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis es hier richtig losgeht. Der Trailer ist grauenhaft. Okay, da komme ich nicht. Grauenhaft. Für diejenigen, die unter euch, die das Spiel nicht kennen, bitte schaut euch den Trailer an. Ihr werdet gleich verstehen, was ich meine. Okay. Da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht... Oh, jetzt ist hier offen. Bist du mich verarschen? Kann man hier irgendeine Türe aufmachen? Überall sind Geschenke. Es ist anscheinend Heiligabend. Und wir sollen unsere Freundin... Da sind die Treppen. Da komme ich aber nicht lang. Oh mein Gott. Hallo? Die war doch gerade hier. Die ist doch hier lang gelaufen. Hä, wieso? Ich bin noch da. Hä, ich bin noch da. Äh, ich bin noch da. Ich weiß ja auch ausspielen. Ich weiß es wie so sehr. Ähm. Okay. Das sieht mir n... Oh. What the heck? Was ist hier passiert? Hier war doch gerade noch alles wunderschön und... Auch nicht. Ähm. Also, wir sollen unsere Freundin besuchen. Hier scheint es aber... Was? We can hide. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Okay, wir können uns verstecken. Das scheint... Äh, nicht sehr... Ähm. Fehlversprechend zu werden. Beziehungsweise für Horrors schon. Aber... Was ist das? Das ist ne Lampe. Häh! What the fuck? Hau ab! Verschwinde! Hi, Schatz! Hilfe! Ich... Scheiße! Ich will da nicht hin! Hallo! Wir müssen, ne? Wir müssen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen da hin. Schatzi, bist du das! Oh. Hilfe! Ich... Ich... Ich will... Ich... Ich erwarte jeden Moment einen Jumpscare. Einen dicken, fetten, üblen Jumpscare. Ich will da gar nicht hin. Ich... Ich will ne Taschenlampe. Gibt's hier denn nirgends ne Taschenlampe? Oh, scheiße. Wir müssen... Wir haben... Ey, wir müssen, oder? Boah, nee. Äh, warum... Warum mach ich das? Warum tue ich das schon wieder? Ich... Ich will... Ich will... Ich will... Okay. Äh... Äh... Ein... Gibt's vielleicht die Möglichkeit... Kann ich... Aha! Fuck. Das war die letzte. Dammit! Das hab ich nicht gesehen, weil da keine Anzeige ist. Boah, das ist ja jetzt echt mies, oder? Was haben wir hier? Ist das eine? Nein, ist das keine. Wo krieg ich da? Kann ich mich verstecken? Ach, shit. Ah, hier, guck mal. Gut. Ähm, dann wollen wir mal gucken. Haben wir noch mehr von den Dingern hier rumliegen? Kann man... Natürlich. Wir können natürlich wieder alles durchsuchen, was es zum Durchsuchen gibt. Und schauen, ob wir irgendwas Nützliches finden. Kann ich die... Crouchen? Weiß ich nicht. Ob ich crouchen kann. Oder wie auch immer. Auch nichts. Haben wir sonst noch irgendwas? Die Schränke da drüben vielleicht. Also, der kann wirklich nicht schnell laufen, muss ich sagen. Die kann man nicht öffnen. Hier ist auch nichts. Okay. Ähm, wir haben noch mal eine. Ach Gott. Ähm, ja. Äh. Ich weiß nicht, wie lange die hält. Ich schau einfach mal. Ich lauf da jetzt mal vor. Ähm, ich hoffe, die hält, bis ich da vorne bin. Oh Gott. Ich will hier gar nicht sein. Hallo Gänsehaut. Lange nicht mehr, nichts mehr von dir gehört. Oh, da ist noch eine. Geil. Herr damit. Ah, schön. Wenn ich schon eine verschwendet habe. Dann. Okay, okay, okay. Was haben wir hier, Hübsches? Ich will mir alles genau anschauen. Ich finde es auch wieder wunderschön designt. Richtig toll gemacht. Und ich warte immer noch auf einen fetten... Der Fernseher ist wieder aus, okay. Oh, sie hat für uns gekocht. Wow, sieht sogar gut aus. Obwohl das ganze Haus so ein bisschen verratzt aussieht. Ne? Also. Toll. Ähm. Ich gehe mal... Okay, die ist dicht. Was ist das hier? Kann man da irgendwas... Wir können hier aufwachen auf jeden Fall. Verbrauchen wir hier das irgendwie irgendwas? Oh je, hoffentlich ist das nicht auch so wie bei einem anderen Spiel, wo ich die ganze Zeit dann... Oh je, das sieht mir aus wie ein Altar. Boah, ich kriege gerade einen Vogel, ey. Junge, meine Schulter fängt schon wieder an und ich habe gerade erst angefangen. Das gibt es doch wohl echt nicht. Ich bin dermaßen verkrampft, wenn ich hier spiele. Das ist zum Davonlaufen. Ich versuche, ich versuche es echt nicht. Ihr seht mich hoffentlich. Ach Gott, was haben wir denn hier? Merry Christmas. Und wir lesen das Ganze. Tut mir leid, aber ich schaffe es nicht bis Weihnachten zurück. Dämliche Arbeit. Feier bitte ohne mich. Diese Postkarte habe ich doch schon mal gesehen. Eigenartig. Okay. Ranzo, mit 3-3-3-3-la-la. Gut, das ist ein Bild von... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Joyce diese Bilder hatte. Ich habe ihre Eltern anders in Erinnerung. Okay. Das sind wohl dann doch nicht ihre Eltern. Oder auch... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich will... Wie viele Fackeln habe ich denn, wenn ich das sehen würde? Gibt es ein Inventar? Nee, sieht nicht so aus. Ich sehe hier rein fast gar nichts. Das kann man auch nicht öffnen. Was ist das? Das ist ein Schrank. Oh mein Gott. Kann man hier rein? Was ist das? Oh mein Gott. Mach die Tür zu. Das ändert mich zu sehr an PT. Bitte lass mich in Frieden. Was ist das hier? Ich will noch mehr von diesen Fackeln. Und draußen stummt es ohne Ende. Hier sieht es auch total unaufgeräumt aus. Und als wenn hier gar keiner mehr leben würde, ne? Ich mach mal kurz. Eine habe ich dann noch. Hoffentlich finde ich noch welche. Also total unaufgeräumt und dreckiges Geschirr, Schublade. Und ansonsten kann man da nicht wirklich viel machen. Ich bin ein sehr kleiner Mensch. Ein sehr, sehr kleiner Mensch. Uuh, ne Fackel. Komm her. Manche Dinge sehen so aus, als ob man sie nehmen könnte. Obwohl man sie nicht nehmen kann. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen hier diesen Gang entlang. Oh je. Ach, verdammte Scheiße. Mein... Ach, ich kriege... Warum kriege ich jetzt Kopfschmerzen? So. Ähm. Aber ja. Was uns dann da erwartet, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ähm... Ich hoffe, dass ich bis dahin noch nicht gestorben bin. Und dann sehen wir. Bis dann.